Ja, Halli, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge vom Das Schwarze Auge Trockensang. Hier in der verlassenen Erzmine. Und ich bin da der Horstie von Anheim. Und da haben wir unseren Gin. Gin Jail. Leute, wir sind weiter hier in der Grotte, beziehungsweise in der Erzmine. Was wir da alles finden, da habe ich echt keine Ahnung. Auf jeden Fall so Minen und Höhlen und so sind bei diesem Teil, Trockensang beim ersten Teil, nie leicht. Aber wirklich nie leicht. Und da bin ich schon mal gespannt, was uns da weiter erwarten wird. Ich befürchte nichts Gutes. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich gehe mal da rein, in die Nebenkammer. Schutt. Was haben wir da? Okay. Hallo. Öffnen. Schutt. Warum kann ich da nichts machen? Ein merkwürdiger kleiner Schuttberg, der aussieht, als hätte man hier etwas verscharrt. Äh. Okay. Wer kann, kann das irgendwer anderes öffnen? Nö. Zur Stelle. Trailer, probier doch mal dein Glück. Nö, eigentlich kann keiner das. Keine Ahnung, warum man das nicht öffnen kann. Vielleicht ein Zwerg? Natürlich. Nö. Also ja. Haben wir im Moment, keine Ahnung, keine Chance, dass wir da was bekommen, als würde da was vergraben liegen. Also ich kann da nichts machen. Mein Bierchen wieder am Start. Also ich kann das nicht aufmachen. Nicht ausgraben oder irgendwas. Ja, gehen wir halt einmal weiter. Da kann ich nicht rein. Was soll das? Na gut, dann ist da einmal nichts. Also ich kann es das Verschüttete nicht freilegen. Wüsste ich jetzt gar nicht, wie man das ändern könnte, dass man das machen kann. Ich weiß es nicht. Aber ich schätze mal, wir haben eh immer wieder Zugriff auf diese Erzmine. Können wir dann vielleicht ein anderes Mal. Weil vielleicht kriegen wir da, wenn wir auf die andere Seite rüber gehen, in den Schlüssel oder in sowas. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall mal auf die andere Seite. Darüber. Gummibär. Na. So. Mal auf die andere Seite hier, ne. Ein Bossgegner wahrscheinlich da drin. Hä, Leute. Das wäre es. Oh Gott, das will. Nein, bin er nicht. Ja, dann gehen wir mal da. Haben wir eigentlich schon wieder Steigerungspunkte? Nö, nicht wirklich. Nein. Kann ich das jetzt... Ich kann es noch immer nicht identifizieren. Magiekunde 14? Magiekunde 14? Noch immer nicht. Kann ich jetzt die Magiekunde schon weiter nach oben drehen? Nö. Brauche ich zwei Steigerungspunkte noch mehr. Hä, Leute. So, es werden uns wahrscheinlich wieder extrem viele Spinnen entgegenkommen. Ja, so ist es auch. Ich nehme mir mal einen Armadruz. Machen wir gleich die erste Spinne hier. Platt. Ja. So, du hilfst. Jandra Aikara. Jandra Aikara. Jandra Aikara. Manaya Yoay Banda. So, Vorgrim. Die zweite Spinne hier. Für Ardo. Das sind wieder so extrem viele Spinnen, Leute. Jawohl. Tralda, du hilfst ebenfalls den Vorgrim mit der zweiten Spinne da hinten. Recht ihrem Widerstand. Formation. Ja, die musst du so genau treffen, weil bei jedem Gegner ist keine... Keine... Kein Bild. Leute. So, dieses Bild. Ja, wahrscheinlich jetzt. So, kommt's. Boah, da kommen auch so viele Leute. Von der Richtung. Boah, das sind viele. Also, das sind jetzt bis jetzt die meisten. Bei Rondra. So, du wirst... Ja, den hier machen. Schauen wir mal. Ähm, die Mist zwei sind noch gut beschäftigt, die liebe Gwendala und ich. So, na sehr was, Leute. Schaut euch das mal an. Oh, ist ein Wahnsinn. Jandra Aikara. Jandra Aikara. Zur Stelle. Zur Stelle. So, du wirst... Gleich den vor dir machen, lieber Tralda. Lieber Bruce. Äh, vor Creme, du hast genau vor dir eine Spinne stehen. Ah, nö. Ich muss diese hier treffen. So. Diese Spinne hier. So, wir sind gut beschäftigt. Boah, Leute, so viele Spinnen. Boah, schaut euch dieses Gemetzel an. Puh. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Tralda, du nimmst dir die nächste vor. Die ist eh gleich hinüber. Du kannst nur noch schießen, liebe Gwendala. Ich bin auch schon fertig mit dem Zaubern. Ja, ich kann eigentlich auch nur noch hinschlagen. Ich kann nur noch hinschlagen. Keine Ausdauern mehr oder irgendwas. So, wie schaut's aus? Vorkrim, der kann wieder. Jawohl. Vorkrim kann wieder. Die Gwendala wird da mal draufschießen mit dem Bogen. Ja, was soll ich machen? Das ist so viele Gegner. Aber die Gesundheit schaut im Moment mega gut aus. Vorkrim, du machst den weiter. Tralda ist wieder am Zug. Du kannst wieder super hinhauen, Leute. Super. Finde ich cool. So, was mach ich? Ähm, Tralda, Tralda. Du kannst den machen gleich. Leute. Ja, die kommen ja von da vorne, von hier und von dieser Seite ebenfalls noch. So, du kannst aufhören zum Zaubern. Ah, zum Zaubern, sag ich. Zum Bogen schießen. Vorkrim, du stehst eh vor diesen. So, der ist ebenfalls hinüber. Zur Stelle. Du kannst gleich den nächsten machen, Tralda. Vorkrim nimmt sich diese da vor. So, Leute. So viele sind da nicht mehr. Eins, zwei, drei, vier. Hier, nimm die. So. Wendala, du kannst da mal hier draufschmeißen. Vorkrim kann wieder, jawohl. Vorkrim hat wieder ausreichend Ausdauer. Ich kann auch wieder zaubern. Aber eh nur einmal, glaube ich. So, komm, weg mit dir, du Spinne. Sag mal, du hast noch eine, oder was? Du hilfst beim Zaubern. So, fertig. Super, toll. Boah, da haben wir jetzt was zum Looten. Leute, jetzt haben wir was zum Looten. Na, sehr was. Mein Bierchen. So, das ist die, ja, ich schätze mal vorletzte Aufnahme. Die vorletzte Folge. Vor Session Ende. Ja, nehmen wir mal alle Spinnen hier aus. Das waren ja zehn. Wurde ein paar Wahnsinn. Na, mehr. Unglaublich. Da liegen alleine schon eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Boah, das kann man ja gar nicht mehr sehen, Leute. Ja, klar, wenn sie von vorne kommen und von rechts auch noch. Da haben wir auch noch zum Looten. Warte, haben wir jetzt zum Looten, Leute. Da haben wir ordentlich viel zum Looten. Ehorla. Das gefällt mir immer so. Ehorla. So, nehmen wir eine nach der anderen aus. Ja. Weg hier. Weg looten. Ja, da haben wir noch eine. Ja. Ehorla. Boah, das sind viele Spinnen. Das waren so extrem viele. Das habe ich gar nicht gewusst. Mö. Das ist aber gar nicht so viel vorgekommen. Na, ehrlich gesagt schon. Leute. So, auch schon die Hälfte von dieser Folge um. Na, servus. Ich will nicht aufhören. Ja, kommt dann nachher eh noch eine Folge. Also bis zur Folge 177 werden wir diese Sitzung hier machen. Ja, und wenn dann die letzte Folge online kommt, werde ich nach Let's Playen wieder... Ja, das passt ja. So, dass immer pünktlich ein Video draußen ist, Leute. Von meinem absoluten Lieblingsspiel. Ist einfach so. Bei keinem Spiel auf meinem Kanal gibt es so oft Folgen in der Woche, als von der schwarze Auge tragen sagen. So, du wirst einen armen Trotz raufschmeißen, liebe Gwendala. Und ich werde einen Tschinnenruf machen. Der Tschinne sei mit mir und mit deinem Geiste. Tschinne, komm hervor. Komm herbei, besser gesagt. So. Gut, dann werden wir weiter scharmieren. Was haben wir da rechts? Wir gehen einmal nach rechts. Wir werden aber, bevor wir weitermachen, speichern, speichern. Ja, wir sind eigentlich gut ausgeruht. Können wir ohne Säure weitermarschieren und in den nächsten Spinnen... Ding da reinlaufen. Was ist das hier? Äh. Da war der Drache oder was? Tür. Ich muss mal schauen, wo das hinführt. Weil da war ich nicht. Ich schau mal da rein. Durch diese Tür. Kommt, 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 Skelette. Hä, Skelette gibt's da auch. Ja, ich hab sie absichtlich in die Falle fallen lassen. Töööö. Äh. Äh. Ja. Vor, Grim. Du kannst den umstoßen. Tralda, du machst ebenfalls mit. Ja, da kommen jetzt Skelette ebenfalls. Was soll das? So, du wirst ebenfalls da raufschmeißen. So viele Skelette, Leute. Naja, sind eh nicht so viele, eigentlich. Äh, gut beschäftigt. Passt weiterhin. Aufgepasst vor, Grim. Äh. Du kannst ihn noch draufschmeißen. Was soll das? So. Tralda. Tralda, du nimmst den. Da steht genau hinter dem Vorgrim. Gwendala, du kannst, glaube ich, noch zweimal zaubern. Kann sein. Ich weiß es nicht. Ich kann noch ein paar Mal zaubern. Äh. Ja, ich weiß es nicht. Ja, gesundheitlich. Uh, der Vorgrim ist ungeschmissen. Vorgrim hat Stufe 11 erreicht. Äh, sehr gut. So, Vorgrim, du machst den hier. So, sonst sind wir eigentlich gut beschäftigt. Keine Munition. Ja, die liebe... Gwendala hatte keine Munition mehr. Jetzt passt's wieder. Sanyasa Fegra. Äh, was? Sanyasa Fegra? Was, 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 was? Ähm. Du schmeißt da mal drauf. Vorgrim. Und ich werde... Da noch mindestens einen brennen lassen. Ja, keine Ahnung. Wir sind hier die Überleute. Fertig. Tja. So, das ist einmal erledigt. Also, wir können da nicht alle looten. Keine Ahnung. Komisch. Blutiges Beil. Da mal alle... Ausnehmen. Hier. So da. Na, passt. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall noch einen Amatruz raufschmeißen. Zauberspruch Amatruz fehlgeschlagen. Leute, was war da jetzt? Hä? So. Ja, Leute. Danke für's Erinnern. Ich speichere eh schon. Leute, weiter geht's. In dieser komischen Höhle. Was ist da hier für... Da ist einmal nichts Interessantes. Was ist da? Skelett. Hier haben wir auch noch Skelette. Aber ich lasse einmal die Gesundheit... Äh... Raufschnellen. Da machen wir noch die Skelette hier. Xindan. Keine Ahnung, was da... Xindan. Äh, was da ist. So, da kommen Skelette. Äh... Gwendala. Ich versuch mein Bestes. Vorkrim. Wird diesen Skelett einmal umschmeißen. Bei Angrochspart. Bei meiner Axt. Zur Stelle. Und du wirst ebenfalls den bekämpfen. Damit wir... Damit wir... Immer weniger... Immer mehr ausdünnen. Jetzt kommen sie von allen beiden Seiten hier. Ja, eine Falle. Schauen wir mal, wo bin ich? Ah, der ist einmal erledigt. Super. Dann haben wir den da. Den werde ich auf jeden Fall jetzt einmal... Donnerkeilen. Donnerkeilen, hat er gesagt. Dann werde ich hier oben Donnerkeilen. Weil der schießt nämlich mit Pfeil und Bogen. So. Vorkrim. Du wirst den da oben mal machen. Ah, Tralda. Du bist das ja. Da oben ebenfalls. Und der Vorkrim stößt einmal den hier um. Und das machen wir mal. Tralda. Du solltest dir auf jeden Fall... Äh... Tralda. Du solltest dir einen Einbärnsaft gönnen. Würde ich einmal sagen, ne? Du gehst dahin. Ich bin... Da beschäftigt. Werde diesen hier machen. Irgendwo ist da ein Magier. Aufgepasst. Ähm... Du solltest den hier vorne machen. Gwendala. Bayrondra. Oh! Oh! Da sind zwei Skelette. Einkreisen. Leute. Das habe ich ja ganz übersehen. So. Der ist einmal hinüber. Äh... Vorkrim schmeißt schon ordentlich drauf. Tralda. Du bist da hinten. Ich muss das... Ich muss damit zurechtkommen einmal. Leute. So. Vorkrim. Du schmeißt den um und haust drauf. Ich hau ebenfalls drauf. Und so Tralda gehe ich jetzt einmal zurück. Der muss ja da ebenfalls noch... ...ordentlich... ...reicht ihren Widerstand mitkämpfen. So. Die Folge ist schon wieder um, Leute. Ich würde mal sagen, wir machen dann in der nächsten Folge weiter, würde ich sagen. Folge 177. Und dann erkunden wir weiter die Höhle. Beziehungsweise diese Erzenmine. Und ja, während dem Kampf wieder. Das hasse ich ja sowieso. Aber egal. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Ein kleiner, little bit Cliffhanger hier. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Game over. Und ciao.